ich hab zwei Wolle ich hab dich vor ungefähr halben Minute geschlagen ja der Server leckt gerade ziemlich weiß nicht warum er kann ganz schön stark dran liegen das kann der Kuntzum hier zur Treppe ich lege der Amt aus dem Wiesel ja ich könnte auch ein paar gehen egal jetzt ist 24 und ich verletze mich gleich Prozent zum Maul Dings sammeln gehen Schweinfleisch Schweinfleisch ja ich ich bin schon ach ja lass lass mal richtig wie so ein MMORPG zocken Berufe auswählen ich werde Bäcker ernsthaft Alter dann musst du aber deine nein ich werde Bauer ich werde Bauer wer wird Bäcker ich wollte sagen dann musst du aber deine Ohr das machst du ja gerade ich werde Bauer wer wird Bäcker denn wenn ich hier holzfälle der Bauer kann auch holzfällen ja und was und was und was bist du und was bist denn du umartig Prozent Multifunktionaltalent nein nein ja ach ja komm mal her ich hab schön viel abgeflügt äh hat noch einen Stein Prozent 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 mein Holz mein Holz das Holz so jetzt haben wir hier eine schöne Mauer Auer die Schöne Mauer Auer ich glaube auch die Kiste dagegen jetzt Prozent okay das ein das eigentlich mit Eisenwerkzeug Prozent noch nicht und es brauchen Ach ja wir haben eh noch Rücken Schöner alle die Art jetzt haben wir 30 Eisen so ich mache mir jetzt drei Hexte und zwei Schwerte muss erst mal reichen auch noch jemand Fackeln ich bin jetzt mal ein bisschen Cobblestone auch wenn es verschwenden wird in der Kiste sind da noch Fackeln also übrigens pack mal deine Sticks und sowas so gerade nicht mehr hast alles in die Kiste nein ich erstelle mir erst mal ein Feld und wo soll das hin er sollte sich nochmal um Schweinefleisch bringen äh keine Ahnung okay dann mach ich das nebenbei aber wir haben wir oben eine schöne Mauer hat jemand Dreck Nö ich hab 460 ich hab davon noch was in der Kiste glaub schon am Eingang liegen 64 wenn du brauchst ja in der Truhe sind 53 so ich hab's einmal Schweinefleisch wer baut hier immer Bäume halb ab hier ist so ein Mammutbaum der ist halb abgebaut das war ich aber nicht ich auch nicht ich hab keine Bäume abge... äh abgebaut wieso der Holzfäller hat den Baum nicht abgebaut was bist du denn von Holzfäller? ich bin kein Holzfäller ich bin Bauer ja ich bin ein Holzfäller erster Bauer ja ich meine ich doch auch so ja guter Holzfäller ich bau die Bäume ich gute Holzfäller sein das ist nicht meine Schuld so der Bombsfäller ist weg oh ja da hast recht der ist ein bisschen kumpf das soll ich uns von dem Holzfäller machen es nichts oder so behalten einfach immer in die Kiste packen wenn du fertig bist mit Fällen und übrigens immer schön Bäume neu pflanzen weißt du denn ich baue grad ich baue grad meine drei Felder wirtschaft die baue ich wirklich immer so ich baue grad meine drei Felder wirtschaft die baue ich wirklich immer so ja aus dem Eisen kannst du dir schon einen einzigen Eimer bauen wir wollen ja nichts verschönen ok toll dann kann ich das hier abreißen weil ich dachte ich darf nicht das ist ja eine geile Maui ne das bringt mir eh nichts ich baue hier oh dann sollte ich noch schnell pflanzen und dann die Facken an ja das wird dunkel ja toll ich hab vergessen mir ein Werkzeug mitzunehmen den Baum schaue ich noch den Baum schaue ich noch das Schweinevon schaue ich auch noch denn es mag eben Förster nur und das Schweinevon dort durchs immer schön aufhorsten Schweinevon hier fallen überall Setzlinge runter gruselig ich kann das Schweinevon doch jetzt nach Hause alle nach oh 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 Ach ja hat einer von euch noch Wolle Wolle nicht Wolle nicht ich hab zwei Wolle so ich hab zwei mal Schweinevon K ich mach mal den Eingang noch ein bisschen schön ne ich würde ich würde nur gehen endlich mal Betten haben so wir haben jetzt zwei ein Viertel Stacks Holzmehl guck mal wie viel Eisen wir haben weiß ich ja Holz soll ich das Holz schon zu um und ein 9 kommentiert zu Bordelands Part 9 und war kommen ja ich hab ich guck mir gleich die E-Mann ja sag ich will es wissen aber ich mach kurz okay wir laufen immer wieder äh komisches Kommentar ich muss noch kurz jemanden auf YouTube blocken wartet kurz ach ja ich brenn ich brenn ich brenn gerade ein bisschen Cobblestone davor hat man ja Internet damit wir mitten in der Aufnahme darauf zugreifen konnten um auf dem Weg er hat die ganze 64 ist der Kuhle wir wurden er er ist doch da drüben da 1164 nicht üben ein fleisch aber er war ein weiteres was ich jetzt eben bauen wird an der Brülle brauchen wir noch gar nicht mehr und wird auch schon brauchen wir gar nicht mehr ja jetzt weiß ich weil ich mir bauen wurde vor allem der es kommt der es kommentar geschrieben hat hat mich noch nicht mal abonniert ich hab mir ja aber Kommentare zu schreiben wenn ich nicht abonniert eigentlich ist mir das egal aber ich verbiete euch schlechte Kommentare zu schreiben bevor mich abonniert obwohl abonniert schlitzkotter schreibt ihr abonniert weil es schlecht ist und ich hab keine Lust mehr äh Mark hast du eigentlich ein Schwert? weil lustigerweise habe ich vorhin irgendwo nur ein zweiter so aufgesammelt das lag da ach ja da wurde ich von der Spinne getötet haben wir auch Knochen eigentlich? nein das Skelett vorhin hat nur ein Pfeil gedroppt ich hab einen Knochen in der Kiste meiner übrigens nein lass ihn ran übrigens wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt drückt shift und macht links klick drauf dann werden die automatisch in den Stackort äh Nutzer backieren ach ja ich würde sagen wir holen uns äh äh wie viele Knochen braucht man für einen Hund? ist random also ich schätze jetzt einfach mal drei ja ich hab keine Ahnung wie viel man braucht ja ich schätze jetzt einfach mal zwei also so weit wird äh drei haben gehe ich hin und hol mir einen Hund mein Hund naja ich bin dann kurz mal klo ich wollte jetzt jeder wissen ja das wollte jeder wissen wetten haben wir noch nicht ne? sonst würde ich mich ja nicht die ganze Zeit aufregen ich glaube an unserer Hintertür ist ein Huhn gut gut Hühnerhöhle 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 das ist unser zweites Stockwerk ne? dann müssen wir ja oben noch ein Häuschen drüber bauen oder? aus Holz hallo Huhn hau ab Huhn hallo Huhn und dann hört man nur noch hüh oh nein Leute ja ich bin in ne Höhle gefallen Hühnerhöhle den bau dich nicht auf ach ich bin hier drauf keine Ahnung komm schnell wieder rein B ihr habt die Tür zugemacht ihr Kriffe ne aber ich steh hier und du kommst nicht durch ähm im zweiten Stockwerk wird mein Becker pass aber auf da kommt gleich Oberfläche ne? ich weiß warte ich mach das mal ich hab ne Schaufel nein ich mach das ich hau nämlich gerne mit Holz Zwischendecke kommt ja das vor allem was ist das für ein Zufallgrad gewesen? ich hau einen von den Grasblöcken weg von der Oberfläche ne? was passiert? da fällt ein Ei runter guck mal da steht ein Huhn da ist ein Huhn in unserem Haus guck mal hier ha da haben wir mal die Dreckblöcke ein da oben kannst du noch oh ja da hinten kannst du nicht mehr so da bin ich wieder äh wer schmeißt die Wolle runter? äh Wolle? Dreck? was ist das schwarze? das ist auch Dreck nur in Böcken verpackt äh da oben ist schon draußen ne? ich hab's mal notdürftig zu machen oh Mark Mann hör auf damit Mann stell dich auf Sturm hör doch mal auf an dem Mikro rumzureiben warum brenne ich? ja was machst du da eigentlich jetzt ernsthaft? reibt der die ganze Zeit an seinem Mikro oder was? oh hör auf an deinem Mikro zu reiben hör auf an deinem Mikro zu reiben warum brenne ich? äh warum brenne ich? du brennst doch gar nicht! was? doch bei Roller hehehe das war der der war gut oh gar was? du brennst doch gar nicht Mark wenn du willst kannst du unten die Hülle die Mine ich geh jetzt auch runter gleich hast du keine? äh doch ich mach mir jetzt ein oh ich hab kein Holz mehr so ich brauch grad meinen äh Bauernhaus Raum ein Bauernraum? ja da werd ich da werd ich mein Brot backen Heißbrot kacken ok ich hör Zombies ja ne es ist dunkel draußen hat jemand zu fähig ein Steak? nö ich bin grad von drei Abgründen oder so runtergefragt was macht ihr da unten? Mine bauen die Minekraft oh danke für die Fackel ich hab keine mehr dann setz ich jetzt Fackeln während ihr runterbunden Kohle? ach ist mir zu langweilig braucht jemand Fackeln? ja ich brauch ja ich brauch 16 am besten ja ich brauch auf ein paar na äh Deadman kriegt erstmal ich hab auch nicht jetzt hab ich auch nur noch 4 aber in der Kiste sind noch mehr also mhm und ich hab auch grad so schön Kohle hier na ich hab na ich hab ich hab auch noch Kohle 14 übrigens dein Minekopf geht ja jetzt grade ne? also halt du schwebst hier grad ja äh er verbackst sich immer an komischen Stellen vorhin war er in der Wand drin mhm also weiß ich es liegt schon an der Internetverbindungsgeschwindigkeit ok langes Wort komisches Wort aber ich will nämlich dass es bei Herrn Maugrem nicht ist geh mal runter hier Mark geh runter hier warte warte Moment Moment ach ja aber falls ihr euch wundert warum Mark mit seinem richtigen Namen ansprechen ähm ich hab keinen Account fertig ja genau er hat keinen YouTube äh Deadman was machst du da? ich will dich runterschubsen obwohl das genau so ein wenig Unterscheid gemacht hat äh macht weil wer unsere Borderlands Parts geguckt hat wenn auch wenn das gar keine tut man wird ähm ach so naja no ähm ja hoffe das ändert sich bei Part 100 naja auf jeden Fall äh der wird schon mitgekriegt haben wie wir ihn echt heißen wenn Part 100 irgendwann mal onkommt ne? ja das wird noch ne halbe Ewigkeit dauern aber wir sind jetzt auf Ebene 3 39 erst 2 2 Kohle und wir oh lauf mir nicht rein sorry sorry lauf mir nicht rein was bringst du mich rein? wieso hattest du zwei Schwerter und zwei Äxte? ich hab dich nicht umgebracht und du bist mir reingelaufen cool warte ich hol mal Mark besser ab ah ne ist das Tag cool dann kann ich ja mein Feld noch bewirtschaften ist das Tag okay cool dann ähm äh ja auch mal Frau Grimm ich ich würde nicht zu mir ja ich sehe es auch gerade auf meinem Feld zwei Krippe vor der Haus ja auf meinem Feld Schaf ey ich brauch das Schaf ich hab so krass ich steh schon vorm Schaf alle das Schlag und nicht treffen und wer hat jetzt meine Sachen die liegen hier unten oh man äh du bist einfach mal so in in nichts ne wer? nein bin ich nicht dein PC-Sport also bei mir bist du in nichts wer von hinten kommt jetzt wer hat sich hier Dreck abgebaut? was nicht wollen? ja komm mal raus hier ist ein großes Loch nur zwei immer zwei tief Zwei tief? wo ist denn seine Form? ich find hier nix äh da am Wasser aber die ist noch nicht beplant da wo die Creeper sind ach so ja da wo der Creeper ist vorhin waren es noch zwei ja der eine ist da der eine ist weg los jetzt gibt das Zeug auf alter das leckt so ich brauch schon mal die Decke für die zweite Ebene ne ich brauch schon mal die Decke für die zweite Ebene ne wie kommt denn die zweite Ebene der Creeper mag mich wohl er kommt immer näher zu mir ja eh 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 ich mach die zweite Ebene erst mal um direkt zu ne und wie du rennst zu dem äh der Creeper kommt zu uns renn 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 weg renn weg renn weg renn weg ich greife von hinten an oh 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 auch wenn ich ihn gar nicht hinter mir doch der Wahrnehmung wird immer ok das was mit dem dr ok bei mir leckt hat gerade so ich wollte eigentlich noch einen Baum weg sprengt aber das scheint er nicht echt? ja der Creeper ist weg er hat den Raum weg nicht nein er wollte das nicht er hat er nicht ok das sieht den Creeper zwar nicht weg der ist ja auch weg der ist ja auch weg der ist ja auch scharf lang gelaufen ähm hat er sich gerade in Luft wehrt? so lang gar nicht das hab ich gerade eben gehört doch gar nicht boom gemacht herzhaft es leckt übelst herzhaft es leckt übelst herzhaft es leckt übelst herzhaft es leckt übelst herzhaft ernsthaft oh das bohnt da ist gerade ein Creeper neben mir gespawnt ja da ist noch ein Creeper ich weiß ich hab's gesehen ich weiß nicht ich glaub da lang plötzlich bumm ey ey Leute ein bisschen ein bisschen leckt schon weil ich hau hier ich weil hier ist ganz Schwein im Boden reingelaufen ja das ist kein leckes ne der ist ne und ich hab auch ne halbe Ewigkeit gebraucht das zu töten und das hat nichts mit mir zu tun so ich cool Patrick äh Maurem äh ja ich hab doch hier über unserem Haupteingang ne hab ich doch die Mauer oben gebaut und unsere zweite Stock weg die linke Wand vom zweiten Stock weg geht genau an die Mauer ran ach du bist ja unter mir ne das ist der andere das ist der andere quasi wie der andere heißt das ist der andere Penner so seid ihr also ich bin oben und und hol mir grad so arm ich presse ja der hat man nicht sehlich ich presse wo der Creeper sich hochjagt ach ne ja da rennt da immer ich baue grad das zweite Stock ich kann ja einfach nehmen einen Spawn und den den und einen hochjagen das vor allem noch am Tag ich steh da ich lauf da gerade nochmal lang ok Creeper sind also den Creeper ist natürlich egal da plötzlich sehe ich den Creeper im rechten Augenwinkel und bumm weg ok mein Feld ist dumm das ist nämlich Zunahme den Anfangsgebiet und ich kann es also nicht bewirtschaften oh toll das ist hier total schwach und hat auch jemand Dreck ich hab Dreck ok ich hab jetzt nichts mehr oh hier liegt Dreck ach ist ja von mir äh ich brauch Dreck wo ich hab Kühe gefunden ich baue mir bald ne Rüstung bei mir war gerade ein Back ich konnte ich die Erde durch den Dornen waren riesige Lavaree in Form eines Vogels einst wo geht wir haben wirklich das auch in den Schwalboden wo aber aber auch das ist nicht in Form äh Leute wir werden abfüllen aus dem Apfel ach so vom Baum erbund von wo sonst und vom Bruchste